Hallo und Willkommen. Ich bin Markus Schödl. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert. Hallo Herr Schödl. Wir stellen uns mal vor, ich baue ein ganz normales Einfamilienhaus und ja, wie sich das gehört, möchte ich auf dem Dach Solaranlagen installieren. Wie viel Geld muss ich ausgeben, wenn ich chinesische Module kaufe und im Vergleich dazu, was kosten deutsche Solarmodule? Ja, es hängt jetzt immer so ein bisschen davon ab, wie groß jetzt Ihr Dach ist und wie viel Sie da ausgeben. Aber ich sage jetzt mal, eine Daumenregel sind chinesische Module um bis zu 30 Prozent günstiger als deutsche Solarmodule. Es gibt ja auch kaum deutsche Solarmodule oder zumindest wenige Hersteller und Anbieter von deutschen Solarmodulen, aber die chinesischen dominieren den Markt und sind unschlagbar billig. Also 30 Prozent günstiger sind die chinesischen Module. Das ist heftig, ein großer Unterschied. Kein Wunder, dass sich die chinesischen Module verkaufen wie geschnitten Brot und die deutschen Hersteller im Moment das Nachsehen haben. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Viele werden das mitbekommen haben. Der Solarhersteller Mayer-Burger zieht Konsequenzen und will sein Werk in Freiberg in Sachsen schließen. Andere Hersteller denken ebenfalls darüber nach, sich teilweise oder ganz aus Deutschland zurückzuziehen. Lässt die Bundesregierung die deutsche Solarwirtschaft zum zweiten Mal sterben? Hätte sie nicht schon längst in den Markt eingreifen müssen, zum Beispiel mit einem sogenannten Resilienzbonus? Oder besteht dann die Gefahr, dass die Energiewende ausgebremst wird, wie einige Klimaforscher sagen? Es gibt sogar deutsche Solarunternehmen, die vor Eingriffen in den Markt warnen. Die Argumente schauen wir uns genauer an und wir klären, warum Solaranlagen auf Einfamilienhäusern völlig normal sind, auf Mehrfamilienhäusern dagegen immer noch eine Ausnahme. Sind Solaranlagen für Vermieter unattraktiv? Und falls ja, wie ließe sich das ändern? Und wir beschäftigen uns mit umstrittenen Plänen für die Nordsee. Dort soll ein CO2-Endlager im Meeresboden entstehen. Braucht Deutschland dieses Endlager, um klimaneutral zu werden? Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, das Schweizer Unternehmen Meierburger will sein Werk in Freiberg in Sachsen schließen. SolarWatt, ein Hersteller aus Dresden, denkt ebenfalls über eine Werksschließung nach, genauso wie die Glasmanufaktur Brandenburg in Tschernitz, die Solarglas herstellt. Hunderte Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Es vergeht ja fast kein Wochenende ohne schlechte Nachrichten. Erleben wir gerade so etwas wie den zweiten Tod der deutschen Solarindustrie? Ja, so ein bisschen ist das so ein Déjà-vu, wie wir das schon in den 2010er-Jahren erlebt haben. Damals war es ja so, dass wir einen sehr großen Aufschwung hatten der Photovoltaik-Industrie. Da war Deutschland sogar weltweit führend in diesem Bereich. Es gab zehntausende neue Jobs, die entstanden sind über 100.000 insgesamt. Und dann kam es eben so, dass die asiatische Solarindustrie aufgeholt hat. Die haben stark subventioniert, sind unschlagbar billig geworden. Wir haben es eben schon angesprochen, die Preise sind enorm niedrig und haben den Markt eben schnell erobert. Und dann konnten sich auch viele Produzenten schon damals nicht am Markt halten, diesem Preisdruck auch wirklich standhalten und mussten Konkurs anmelden. Und so ähnlich kommt mir das jetzt wieder vor. Wir haben ja jetzt nicht mehr viele deutsche Solarhersteller. Heutzutage ist die Anzahl ja wirklich überschaubar. Und jetzt geht es ja um Mayaburger. Ein Unternehmen, wie ich finde, ein sehr zeichnendes, auch gutes Unternehmen, welches wir in Deutschland haben sollten. Denn sie produzieren Solarmodule mit sehr hoher Qualität und sehr hohen Wirkungsgraden. Und gerade diese Technik, als sie sich hier angesiedelt haben, da war ich auch sehr euphorisch, sehr begeistert. Ist sehr toll. Also die sollten wir nicht ziehen lassen. Also das erkläre ich gleich noch, warum ich das wichtig finde. Aber insgesamt kommt mir das so ein bisschen so vor, ja, wie das, was wir damals gemacht haben. Wir wiederholen leider die Fehler der Vergangenheit, obwohl, muss man jetzt ja sagen, die Bundesregierung ja einige Ideen vorgebracht hat, wie sie da gegenhalten will. Das halte ich auch für sinnvoll. Aber insgesamt muss es da mehr geben, damit wir wieder mehr Solarmodulhersteller eben auch mit so hoher Qualität in Deutschland haben. Einfach vor dem Hintergrund, und das ist auch mein Hauptargument an der Stelle, ist einfach, dass wir zu abhängig sind von den Importen, gerade asiatischer Herkunft. Was passiert in dem Fall, falls es geostrategische oder geopolitische Krisen geben sollte mit China? Wir haben das jetzt mit Russland erlebt, was da alles passieren kann. Wenn das mit China auch passiert und der Markt einbricht, stehen wir dumm da und haben es nicht in der Hand, selber eben das auszugleichen. Also einerseits in europäischer Herstellung, wir eigene hier haben sollten, aus Amerika können wir importieren. Klar, die Amerikaner können das aber auch nicht vollständig auffangen. Also die hohe asiatische Dominanz in dem Markt, die macht mir große Sorgen, sollte uns allen Sorgen machen. Und aus dem Grund ist es sinnvoll, dass man hier Maßnahmen sich anschaut, wie man auch deutsche Produktion oder europäische Produktion in irgendeiner Form stärken kann. Bleiben wir mal noch bei der Ist-Analyse. Wir haben den Podcast am Mittwochvormittag aufgezeichnet. Nach jetzigem Stand will Meierburger sein Werk in Freiberg Ende April schließen. Rund 500 Arbeitsplätze gehen verloren. Frau Kempfert, wie viele Solarfabriken bleiben denn in Deutschland dann noch übrig? Wie viele Arbeitsplätze gibt es denn noch? Diese Modulproduzenten gibt es ja nicht mehr sehr viele. Meierburger ist einer der ganz, ganz wenigen, die wirklich noch in Deutschland produzieren. Also unter 20, würde ich jetzt mal schätzen, gibt es überhaupt noch, die in Deutschland selber produzieren. Die meisten großen Solarenergie-Marktführer produzieren eben auch nicht mehr selbst in Deutschland oder Europa, sondern in Asien. Und das ist eben auch der Grund, warum sie dann preiswerter die Module anbieten können. Arbeitsplätze aktuell, da steigt die Anzahl wieder. Ich hatte ja eben schon gesagt, 2010 hatten wir über 150.000 Beschäftigte im Bereich der Solarindustrie. Das brach dann zusammen auf phasenweise 40.000 Beschäftigte. Also über 100.000 Beschäftigte haben wir in diesem Bereich verloren. Wahnsinnig viel, ja. Wahnsinnig viel. Wichtige Industriearbeitsplätze vor allen Dingen auch. Und damals hat niemand geschrien, ja, wie wir die ganzen Diskussionen kennen, auch von der Kohleindustrie, wo wir da ja jahrzehntelange Diskussionen hatten. Damals gab es keine. Lag auch mit Sicherheit daran, dass sie gewertschaftsmäßig nicht gut aufgestellt waren und sind. Aber insgesamt hätte, ist da aus meiner Sicht auch schon damals mehr Gegenmaßnahmen bedurft. Heute sprechen wir etwa von über 80.000 Beschäftigte, die wir in der Solarindustrie haben. Das steigt jetzt glücklicherweise auch wieder, weil im Moment wir einen Solarboom haben. Das ist auch gut. Insgesamt sind etwa, ich glaube, 3,7 Millionen Photovoltaikanlagen derzeit in Deutschland installiert. Etwa, ich glaube, 82 Gigawatt ungefähr installiert. Gerade im letzten Jahr kamen 14 Gigawatt dazu. Das ist deutlich mehr, als sich die Bundesregierung vorgenommen hatte. Eine Million neue Solaranlagen sind in Deutschland da installiert worden. Neuer Rekord, ne? Ja, das ist ein neuer Rekord. Wirklich gut. Also da sieht man, da ist ein Boom da. Viele Menschen installieren sich Solarenergie auf die Dächer. Das ist auch genau richtig. Das ist der genau richtige Weg. Es wurden viele Hemmnisse abgebaut. Diese ganzen unnötigen Steuern, Abgaben, Burekatieprozesse und so weiter wurden deutlich verbessert. Also da geht ja einiges in die richtige Richtung. Und deswegen haben wir jetzt einen Zuwachs an Jobs, die es da aktuell gibt. Das ist auch erfreulich. Das ist gut. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt das Problem gelöst haben, wenn Mayaburger geht. Und in erster Linie muss man an der Stelle ja auch erklären wollen, die in die USA, weil die Amerikaner mit Subventionen locken. Also es ist ja im Moment ein Subventionswettlauf weltweit. Warum? Weil alle Märkte erkennen, dass die grünen Märkte die wichtigsten Zukunftsmärkte sind. Und wenn wir da jetzt nicht gegenhalten, verlieren wir diese Schlacht wieder. Und das ist ein Fehler, den wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Ich habe das damals für falsch gehalten, aktuell auch. Und denke gerade Mayaburger als so ein Unternehmen eben auch mit so Modulherstellungen, die wichtig sind für den internationalen Markt, sollte man nicht ziehen lassen. Wir haben in diesem Podcast über die Probleme der deutschen Solarindustrie ja schon mal sehr ausführlich gesprochen. Und zwar im letzten Jahr am 28. Juni. Es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Unter anderem haben Sie, Frau Kempfert, gesagt, dass die Chinesen einen großen Vorteil haben, weil die Chinesen Solarmodule in riesigen Mengen herstellen und die Produkte dadurch günstiger werden. Sie haben das Skalierungsvorteil genannt. Ein riesiges Problem für die deutschen und europäischen Hersteller. Hat sich das Problem in den letzten Monaten nochmal verschärft? Die USA wollen ihren Markt schützen und haben auf chinesische Solarmodule Importbeschränkungen erlassen, genau wie Indien. Und weil die Chinesen die Module dort nicht mehr los werden, werden die jetzt alle nach Europa verschifft. Der europäische Markt wird quasi mit chinesischen Billigimporten überschwemmt. Und das in einem Ausmaß, wie man es bisher nicht gekannt hat. Ist das übertrieben, wenn ich die Situation so schildere? Oder ist das wirklich die Realität? Also es ist Teil der Realität. Das ist schon richtig so. Die Chinesen wissen nicht, wohin mit ihren Modulen, aber bauen die auch auf eigene Dächer auf. Das sieht man im Moment schon auch. Dort gibt es auch einen starken Zuwachs an der Solarenergie im eigenen Land. Aber in der Tat, diese Anbieter eben zu Dumpingpreisen, die sind auf dem Markt, auf dem internationalen Markt. Da kann kein Produzent weltweit konkurrieren. Deswegen shoppen sich die Amerikaner ab. In Deutschland, Europa versucht man das auch ein wenig. Aber insgesamt muss man ja sagen, es hat immer zwei Seiten der Medaille. Das haben wir damals schon mal diskutiert. Also 2010, 2011, wo wir das schon mal thematisiert haben, dass eben diese billigen Module auch die Kosten senken bei uns. Weil es ist natürlich unschlagbar billig, jetzt so eine Solaranlage aufs Dach zu tun, die eben sehr viel preiswerter ist als andere. Das stärkt ja auch die Energiewende und führt dazu, dass wir mit dem Solarausbau schneller vorankommen. Das ist ja auch ein wichtiger Schritt und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite verlieren wir aber Wettbewerbsvorteile oder einen wichtigen Markt, auf dem wir auch mithalten können und sollten, weil wir diesen geostrategischen Aspekt einpreisen müssen und da einen Weg finden müssen, wie wir damit umgehen. Das kennen wir aus der Russland-Dramatik, wenn die Märkte dort wegbrechen, damals bei Öl und Gas, jetzt hier im potenziellen Fall, dass wir eben diese Produkte nicht mehr so bekommen. Das würde dann auch noch viele andere Produkte betreffen, aber in dem Fall eben auch Solarmodule, sollten wir zumindest eine gewisse Resilienz haben. Und dieser Resilienzbonus, deswegen wird ja auch so diskutiert, jetzt aktuell geht da aus meiner Sicht in die richtige Richtung, dass man eben irgendeinen Weg findet, dass dieser Dumping-Markt oder diese Überschwemmung, die Sie ja auch gerade richtigerweise angesprochen haben, von Solarmodulen auch auf dem deutschen Markt irgendwie etwas dagegen halten wird und wir wichtige Produzenten nicht verlieren. Genau. Auf diesen Resilienzbonus möchte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen. Dass Meyer-Burger das Werk in Freiberg schließen will, das kommt ja nicht überraschend. Das Unternehmen sagt ja schon seit Wochen, wenn die Bundesregierung uns vor dem chinesischen Überangebot und vor den Dumpingpreisen nicht schützt, wird das Werk geschlossen. Es gab ein Ultimatum bis Mitte Februar, glaube ich. Das hat die Regierung verstreichen lassen. Bis zur Aufzeichnung dieser Folge hat sich daran auch nichts geändert. Ein Grund ist mal wieder, dass sich die Ampelparteien nicht einig sind. Die Grünen und die SPD sind für diesen sogenannten Resilienzbonus. Die Idee dahinter kaufen Verbraucher Solaranlagen aus europäischer Produktion, bekommen sie dauerhaft eine höhere Einspeisevergütung. Die Verbraucher hätten also einen klaren Vorteil, wenn sie deutsche oder europäische Solarmodule kaufen. Ja, das Problem, die FDP ist dagegen. Frau Kemfert und Sie sagen, Sie sind klar im Team grüne SPD, also für einen Resilienzbonus, der Teil des Solarpakets 1 sein soll. Und kommende Woche will der zuständige Bundestagsausschuss möglicherweise da eine Entscheidung treffen. Wie sollte denn dieser Resilienzbonus ausgestaltet sein? Im Moment liegt die Einspeisevergütung bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde. Was soll als Bonus da noch obendrauf kommen, wenn man europäische Solarmodule kauft? Ich finde den Vorschlag der Fraunhofer-Isee-Kollegen ganz gut. Die haben einen Vorschlag gemacht, wie man so einen Resilienzbonus ausgestalten kann. Die sagen eben, dass es einen maximalen Aufschlag von bis zu 3,42 Cent pro Kilowattstunde auf die Einspeisevergütung für eben in Deutschland und auch Europa gefertigten Solarmodule geben soll und das gestaffelt. Also je nachdem, welche Module, welche Komponenten man da aus deutscher, europäischer Herstellung drin hat, gibt es eben gestaffelt weniger oder mehr von diesem Resilienzbonus. Dieser soll dann aber auch wieder absinken ab 2027, wenn ich es richtig gesehen habe, und dann 2030 auslaufen. Da gibt es genügend, ich finde aus meiner Sicht, Argumente dafür, so etwas zu machen. Die geostrategischen Aspekte habe ich eben schon genannt, aber eben auch, dass man einen Anreiz schafft, dass die Kostenunterschiede, die wir ja eben schon angesprochen haben eingangs, damit aufhebt oder zumindest, weil ja die Anschaffungskosten höher sind bei den deutschen oder europäischen Anbietern, dass man das ausgleicht, eben über einen solchen Bonus. Und das bedeutet eben, dass der Kunde bei eben diesen europäischen Produkten zwar höhere Investitionskosten hat, aber dann über 20 Jahre eben diese EEG-Vergütung bekommen würde und dann würden sich diese höheren Kosten wieder ausgleichen. Wenn er sich für diese chinesischen Produkte dafür entscheidet, dann hat er zwar weniger Kosten zu Anfang, kriegt dann aber auch diesen Aufschlag nicht. Also deswegen Resilienzbonus. Ich halte das für sinnvoll, weil man damit eben so einen Anreiz schafft. Aber auch diese Staffelung finde ich sehr gut, weil man damit eben auch noch guckt, welche Komponenten da letztendlich, also ob jetzt Wechselrichter, Modul und so weiter, wirklich aus deutscher oder europäischer Produktion kommen. Und man dann eben eine bestimmte Abstufung bekommt über einen solchen Resilienzbonus und damit eben auch die Wertschöpfungsstufen mit berücksichtigt. Und auch dieses Absinken, finde ich auch richtig. Jetzt gibt es zum Resilienzbonus, wie immer, unterschiedliche Meinungen, auch in der Wissenschaft. Der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz ist von dem Bonus nicht begeistert und warnt sogar vor den Folgen. Und hier kommt seine Begründung. Wenn man das geschickt ausgestaltet, könnte es sein, dass dann eben tatsächlich auch chinesische Anbieter vom Markt verdrängt werden. Aber da liegt eben auch das Dilemma. Wenn chinesische Anbieter vom Markt verdrängt werden, kann das dazu führen, dass insgesamt die Energiewende nicht so schnell vorankommt, wie es gewünscht ist. Dass die Energiewende ausgebremst wird, ist sicher das Gegenteil von dem, was Sie wollen, Frau Kempfert. Aber das könnte doch passieren. Wenn billige chinesische Anbieter vom Markt verdrängt werden, werden die Anschaffungskosten höher und die Leute kaufen weniger Solaranlagen. Das Geld für teure europäische Anlagen hat ja nicht jeder auf dem Konto liegen. Ist das nicht eine Gefahr? Ich, nee, sehe ich überhaupt nicht. Ich kann das Argument auch noch nicht mal so richtig nachvollziehen, weil hier geht es ja darum, also entweder, nehmen wir mal an, ich will mir eine Solaranlage kaufen, also entweder denke ich darüber nach, diesen billigen zu kaufen, dann habe ich ja sowieso irgendwie einen Preisanreiz, das zu machen. Das fällt ja nicht weg. Also die werden ja nicht vom Markt in dem Sinne verdrängt. Warum sollten sie? Die Produktion der deutschen oder europäischen Solarindustrie wird ja niemals den Umfang in kürzester Zeit annehmen, wie jetzt aktuell die chinesischen Anbieter haben. Die sind ja in ganz anderen Sphären der Produktion, sage ich mal, als wir in Europa erreichen könnten, wo wir dann deutlich, deutlich niedriger werden. Das heißt, wir würden nicht den Markt in kürzester Zeit überschwemmen können mit europäischen oder deutschen Produkten. Also das wäre erstmal nicht der Fall. Das heißt, die chinesischen Produkte wären nach wie vor da jetzt. So, jetzt bin ich in der Entscheidung, kaufe ich mir jetzt das chinesische, billigere oder das deutsche oder europäische, was etwas teurer ist und bekomme dafür eben diese 20 Jahre etwas höheren Resilienzbonus. In der Summe sind meine Kosten gleich. Und jetzt kann, ist die einzige Entscheidung, die ich jetzt als Käufer treffe, wie wichtig ist mir das, dass das jetzt in Deutschland oder Europa produziert wird oder ist mir das egal und ich kaufe chinesisch. Meine ökonomische Einschätzung wäre die, wir kennen das doch, wenn jetzt erstmal ein Modul billiger ist, entscheidet sich das doch dann eher für das billigere Modul, weil man sieht, ah, hier habe ich jetzt einen Kostenvorteil und rechne jetzt nicht unbedingt die 20 Jahre drauf. Das kennen wir schon von so vielen unterschiedlichen Entscheidungen. Nicht jeder hat ja auch so viel Kleingeld auf dem Konto liegen, dass er gleich… Erstmal das, genau, auch das richtig, dass man da jetzt auf die höhere Ebene gehen kann und wir wissen einfach auch, dass häufig die Menschen sehr kurzfristig denken und jetzt nicht über 20 Jahre, auch wenn man denen das vorrechnet. Wir sehen ja im Moment die Heizungskäufe, die ja auch nicht auf 20 Jahre gehen, wenn man sich jetzt noch Öl und Gas ein… Stichwort Gasheizung. Genau, das wird richtig teuer und keiner hat es richtig auf dem Schirm. So, aber trotzdem werden sie eingebaut und ähnliches ist es hier. Also ich sehe die Gefahr nicht so. Ich würde es mir wünschen, dass viele dann auch zu europäischen oder deutschen Anbietern greifen, weil es dann eben diesen Vorteil gibt. Aber dass sich damit dann die chinesischen Anbieter verdrängt werden würden, das sehe ich ehrlich gesagt nicht und würde das auch für übertrieben halten an der Stelle. Ein anderer Faktor wäre, wenn man tatsächlich die chinesischen Anbieter durch Zölle oder durch andere Handelsrestriktionen vom Markt verdrängen würde, dann wäre das Argument, denke ich, eher da. Aber hier über die Kaufentscheidung sehe ich das nicht. Also würde ich auch nicht so unmittelbar sehen. Aber ich weiß, die einige andere Anbieter von Solar-Kombi-Produkten sehen ja die Gefahr aus. Genau, genau. Darauf wäre ich jetzt nämlich gekommen. Genau. Weil selbst in der Solarbranche sind einige Unternehmen gegen den Bonus, zum Beispiel das Hamburger Startup 1,5 Grad und das Berliner Startup Enpal. Dahinter steckt natürlich Eigennutz. Die Unternehmen verkaufen und vermieten beide günstige asiatische Anlagen. Aber sie haben auch Argumente, die man vielleicht nicht ganz so einfach beiseite wischen kann. Sie sagen, wenn die Verbraucher jetzt vermehrt europäische Module kaufen wollen, müssen die Kunden ewig lange warten, weil es die Kapazitäten dafür gar nicht gibt. Die Nachfrage wird höher sein als das Angebot. Das heißt, der Ausbau der erneuerbaren Energien dauert länger. Ja, ist das ein Problem, das man dann in Kauf nehmen muss, Frau Kempfert? Also so ganz erschließt sich auch da mir das Argument nicht. Also das ist ja genau das, was ich jetzt gerade auch sagte, dass eben die Kapazitäten erst mal noch gar nicht da sind. Und deswegen auch das Argument von vorhin, was wir eben hatten, damit ja auch widerlegt wird, weil die ja auch sagen, also die Kapazitäten sind jetzt erst mal gar nicht da. Die sollen ja erst mal aufgebaut werden. Dieser Resilienzbonus, der soll ja dazu führen, dass wir hier dann auch wieder mehr Gigawatt in Deutschland oder Europa produziert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Kunden, weil die Kosten sind ja insgesamt gleich und wenn ich ein billigeres Solarmodul habe aus China, dann sage, ach, jetzt warte ich erst mal noch und will unbedingt das deutsche oder europäische haben, weil es diesen Resilienzbonus gibt oder nur weil. Das wird es im Einzelfall oder in manchen Bereichen sicherlich auch geben, aber ich sehe da nicht die Gefahr jetzt im großen Stil, dass der Markt da wirklich ausgebremst wird, weil ich denke einfach, es wird nach wie vor genauso laufen, wie es jetzt ist, dass die Kunden sich für billige chinesische Solarmodule entscheiden werden am Ende des Tages. Sie sind billiger, bis zu 30 Prozent, wir hatten es eingangs schon gesagt und das ist immer der Ausschlag, dass sich da einige dann auch für deutsche, europäische Hersteller entscheiden werden, hoffe ich sehr, aber ich kann mir nicht denken, dass das jetzt im großen Stil so sein wird, dass dann der Markt erst mal ausgebremst wird und die Energiewende insgesamt ausgebremst wird, sondern das wird auch einen Markt schaffen, auch für die deutsche und europäische Solarindustrie, aber das ist ja auch dann der Wunsch. Das wird jetzt erst mal im Zeitablauf so sein und das wird man auch sehen, denke ich, dass die Käufer dann in der Zeit, auch wenn die Module da sind, dann auch eher auf das deutsche oder europäische Produkt setzen und da dann eben ein bisschen mehr bezahlen oder dann diesen Resilienzbonus bekommen. Also die Gefahr sehe ich an der Stelle nicht so stark, wie hier das gesehen wird. Es ist ja auch so, dass die beiden Unternehmen, die sich da öffentlich geäußert haben, Enpal und 1,5 Grad, ja auch selber liebäugeln damit, Europa oder Deutschland Solarmodule herzustellen. Das fände ich gut, wenn das klappt. Also ich hatte ja eben schon die Argumente genannt, warum ich das wichtig finde, dass wir auch in Europa, in Deutschland eine Produktion haben, aber dann würden sie ja selber auch in den Vorteil kommen, dass wenn der Markt sich eher darauf richten sollte, dann eher in Richtung deutsch oder europäisch dann davon auch profitieren könnten. Also insofern sehe ich das jetzt nicht so groß, die Gefahr und verstehe aber, dass es da jetzt unterschiedliche Interessen gibt, die auch einzelne Geschäftsmodelle einfach im Hintergrund haben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die FDP ist gegen einen Resilienzbonus. Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, hat im Kurznachrichtendienst X geschrieben, den Strom für die Deutschen noch weiter zu verteuern, indem sehr üppige Förderung für Solarstrom noch weiter ausgeweitet wird, ist der falsche Weg. Das wird die FDP nicht unterstützen. Frau Kempfert, Herr Kruse hat nicht genau ausgeführt, wie das im Zusammenhang steht, Resilienzbonus und Strompreis. Würde denn ein Resilienzbonus den Strom teurer machen, wie Herr Kruse meint? Also ihm geht es ja in erster Linie auch wieder um so eine Unterstützung der Solarindustrie. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Deswegen ist die Solarbranche auch in sich zusammengebrochen, weil man sie nie unterstützt hat an der Stelle. Und hier grundsätzlich ja die Einschätzung vorherrscht, dass man das nicht unterstützen sollte und letztendlich damit eben auch eine Art von indirekter Subvention gezahlt wird. Nein, also das müsste den Strompreis nicht teurer machen, weil im Moment wird ja die EEG-Umlage oder das, was gefördert wird für die erneuerbaren Energien aus dem Grundhaushalt bezahlt oder aus dem Haushalt. Das hat man ja geändert. Früher wurde es ja auf den Strompreis umgelegt. Das hat man dann geändert, um den Strompreis zu entlasten. Das ist ja genau das, was die Bundesregierung gemacht hat. Also hier geht es dann auch darum, dass man das aus dem Haushalt bezahlen müsste. Also so würde ich es an der Stelle auch verstehen, weil alle anderen Komponenten der Förderung der erneuerbaren Energien man ja jetzt auch über den Haushalt bezahlt. Also insofern, das würde ich jetzt nicht so sehen mit dem Strompreis. Aber ihm geht es ja wie immer dann darum, dass man hier überhaupt fördert und das lehnt die FDP ab. Deswegen sind sie ja auch zerstritten. Deswegen ist dieses Solarpaket ja auch noch nicht durch, was man eigentlich schon längst hätte durchhaben wollen. Erst im Januar, jetzt Februar, jetzt Anfang März sind wir schon, ist immer noch nicht durch. Man versucht da sie irgendwie so einen Handel zu machen, so eine Art Kuhhandel, dass man einerseits das Solarpaket durchbringen will, auf der anderen Seite bei diesem Klimaschutzgesetz. Das hängt ja auch noch die Veränderung der Sektorziele. Wir erinnern uns, wir haben hier auch schon drüber gesprochen, dass er auch noch mit in diesem Verhandlungsmarathon im Moment drin ist und man sich da immer noch nicht geeinigt hat. Es hoffen wir, dass das irgendwie in den nächsten Wochen endlich passiert. Weil in diesem Solarpaket ist jetzt nicht nur das drin, also dieser mögliche Resilienzbonus, sondern auch der Mieterstrom und Balkonkraftwerke und so weiter. Da sind viele Komponenten drin, auf die jetzt viele warten. Das wäre auch schon wichtig, dass man sich da endlich einigt. Und ich kann da nur appellieren, diese Vorbehalte abzulegen. Also ich bin da sehr ja für diese Einführung des Resilienzbonus und sich da zu einigen, auch an anderer Stelle. Aber ich bin auch gegen diese Aufhebung der Sektorziele. Also insofern, aber irgendwo wird man sich da in der Mitte einigen, denke ich mal. Es hat noch ein paar Entwicklungen gegeben, die mich stutzig gemacht haben. Meier Burger will das Werk in Freiberg schließen. Soweit so gut. Kurz nach der Bekanntgabe melden sich zwei Unternehmen, von denen wir eben schon gesprochen haben. 1,5 Grad, das Hamburger Startup und Enpal, das Berliner Startup. Und die sagen, Sie könnten sich vorstellen, das Werk in Freiberg zu übernehmen. Offensichtlich gibt es Solarfirmen, die auch unter den jetzigen Bedingungen Chancen sehen, Geld zu verdienen. 1,5 Grad will in Ostdeutschland sogar eine Solarmodulproduktion aufbauen und bis zu 1000 Arbeitsplätze schaffen. Hat Meier Burger vielleicht einfach das falsche Geschäftsmodell? Sollte man das wirklich unterstützen? Naja, also erstmal ist natürlich offen, inwieweit die Angebote, die jetzt öffentlich gemacht wurden, tatsächlich zum Einsatz kommen. Also Meier Burger hat ja auch schon gesagt, wir haben großes Interesse mit jedem, der da irgendwie ernsthafte Angebote auch unterbreitet. Aber substanzielle Angebote jetzt, die eben nicht über die Medien gelaufen sind, gab es da wohl offensichtlich noch nicht. Aber sie, die kulante Antwort an der Stelle war ja irgendwie von Meier Burger, sollte es irgendwie ernst gemeinte substanzielle Angebote geben mit unserer Produktion da in Freiberg, dann prüfen wir das im Sinne all unserer Stakeholder, insbesondere im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen und Investoren. Da soweit ist es da wohl offensichtlich überhaupt noch gar nicht. Und dann will man da aber auch mit aller Vertraulichkeit und Seriosität damit umgehen. Das schließt öffentliche Verhandlungsführungen über die sozialen Medien aus. Also das ist ja schon an Schärfe deutlich. Also die hat... Die waren erbost, dass die das über die sozialen Medien verbreitet haben. Ja genau, über LinkedIn wurde das irgendwie da als Post veröffentlicht. Insgesamt wird man sehen, ob da wirklich was Ernstgemeintes dabei ist und ob dann entsprechend auch Angebote kommen. Dass sich die beiden Unternehmen dafür interessieren, auch in Deutschland Solarmodule herzustellen, halte ich für gut und auch sinnvoll. Dass man eben auch dann die deutschen Hersteller wieder wettbewerbsfähig macht oder auch hier einem Wettbewerb aussetzt. Im Moment ist der Wettbewerb unfair mit China, weil einfach die chinesischen Solarmodule teilweise ja sogar bis zu viermal günstiger sind, auch als die aus Deutschland und auch im Angebot dann deutlich günstiger sind. In der Produktion sowieso. Aber das liegt eben an diesen Dumpingpreisen, die Chinesen deutlich subventionieren und auch dort unter Produktionskosten einfach die Module anbieten. Das ist natürlich sehr unfairer Wettbewerb. Und jetzt wird man sehen, inwieweit man das halten kann. Ich hatte ja schon mal eben gesagt, dass ich es für sinnvoll erachte, dass wir Mayer-Burger versuchen zu halten. Entweder über einen Resilienzbonus oder eben auch über dann direkte finanzielle Unterstützung, über die man auch mal dann reden kann. Jetzt jenseits dessen, ob jetzt 1,5 Grad oder Inpeil oder sowas da jetzt intensiv mit Gesprächen kommen. Ganz so einfach ist das wohl offensichtlich auch nicht die Übernahme jetzt rein theoretisch, weil es da ja auch patentgeschützte Produktionen geben. Diese Heterojunction-Module, so heißt es, diese Spezialmodule, die eben so hohe Wirkungsgrade haben, in der Technologie ja hoch innovativ sind und deswegen auch total wertvoll, aber patentgeschützt sind diese Verbindungstechnologien. Da kann man nicht einfach mal eben da eine Übernahme machen. Das sind dann auch noch wirtschaftliche Hürden und auch dann noch juristische Hürden. Jenseits dessen wird man sehen, ob da wirklich dann so etwas möglich ist, also ob diese patentgeschützten Übernahmen dann möglich sind. Von den Geschäftsmodellen her natürlich, ich hatte es eben schon gesagt. Da hätte ich Sie nämlich jetzt gefragt mit dem Geschäftsmodell, weil im letzten Geschäftsjahr hat Mayer-Burger einen Verlust von über 130 Millionen Euro gemacht. Ich habe gelesen, dass Mayer-Burger ziemlich große Probleme hat, das Geld für die geplanten zwei Werke in den USA, Colorado und Arizona zusammen zu bekommen. Also haben die vielleicht wirklich einfach das falsche Geschäftsmodell vielleicht? Naja, also das trifft immer, das kennen wir schon auch damals immer, die Produktionskosten, die etwas höher sind dann in Deutschland, die dann letztendlich in dem Sinne nicht konkurrenzfähig sind, weil die Nachfrage nicht da ist. Also wir drehen uns da im Kreis. Das Geschäftsmodell ist dann sinnvoll und wertvoll, wenn die Nachfrage nach diesen Modulen da ist und solange eben die chinesischen Anbieter. Deswegen sagte ich eben mit unfairen Wettbewerbsbedingungen eben unter Produktionskosten im deutschen Markt zu Dumpingpreisen anbieten, kann kein Geschäftsmodell dann mehr sinnvoll sein oder machbar sein, sondern hier geht es dann darum, dass man den Markt stabilisiert für deutsche und europäische Anbieter. Also das ist das, was wir eben die ganze Zeit ja schon diskutiert haben. Und dann würden eben dann auch solche Verluste in dem Umfang nicht auftreten. Deswegen will man ja diesen Resilienzbonus einführen, damit eben dann auch die Nachfrage da ist. Und solange eben sich jetzt alle nur für chinesische Anbieter interessieren und da die Module kaufen, wird Mayaburger Schwierigkeiten haben, wie auch andere europäische Anbieter. Und jetzt die Amerikaner locken aber auch selber wieder mit Investitionsversprechungen, also Steuervorteile und so weiter, die Mayaburger da ja ernsthaft eben ins Grübeln geraten lässt, das zu verlagern oder auch die Produktion zu verlagern, weil sie dort eben bessere Bedingungen bekommen. Und das kann auch durchaus sein. Gerade mit dem Reduction Inflation Act, den die Amerikaner da eingeführt haben, lockt es eben gerade diese grünen Märkte. Und ich halte es für verständlich, dass China die Amerikaner, die alle jetzt die grünen Märkte besetzen wollen, weil da spielt wirklich die Musik drin. Das wissen wir auch schon seit über zehn Jahren. Deutschland lässt eben die wichtigsten Industrien ziehen und Jobs verloren gehen. Und das hielte ich an der Stelle für falsch, das wiederzutun. Und Mayaburger müssen wir unbedingt halten, weil die Solarzellen, die die herstellen, eben so gut sind, dass wir das auf keinen Fall ins Ausland abgeben dürfen. Also das Unternehmen ist für Deutschland richtig wichtig aus Ihrer Sicht. Ich halte es aus zwei Gründen wichtig für Deutschland. Einerseits, weil es innovative Module herstellt, die Technik, die wichtig ist, auch für den Innovationsgrad in Deutschland. Und der zweite Grund, den hatte ich eben ausgeführt, ist auch der, dass wir ein geostrategisches Risiko haben, wenn wir eben so hohe Mengen ausschließlich aus Asien importieren und den Markt dominieren lassen durch asiatische, insbesondere chinesische Hersteller. Und in Zeiten, wo es geostrategische Schwierigkeiten geben kann und geostrategische Streitigkeiten, wir eben Gefahr laufen, dass wir dann zu abhängig sind und dann wieder am Ende einen hohen Preis bezahlen und die Energiewende dann noch mehr Schaden erleidet, als sie das ohnehin schon hat. Und diese beiden Gründe halte ich für sinnvoll, dass man da nochmal anders auch bewertet, ähnlich wie wir das in der Vergangenheit falsch gemacht haben, jetzt einfach anders bewerten sollten und denen das Unternehmen halten. Maja Burger und der Resilienzbonus, der auf sich warten lässt oder ja gar nicht mehr kommt, wer weiß das schon bei dieser Bundesregierung, werden uns auch weiter beschäftigen. Sobald es da etwas Neues gibt, sprechen wir sicher noch mal im Podcast drüber. Sie können aber auch regelmäßig in die Nachrichten-App von MDR aktuell schauen. Dort erfahren Sie die Neuigkeiten als erstes. Die ist super praktisch, die App. Dort sind alle Nachrichten perfekt für das Smartphone aufbereitet, mit wichtigen Zitaten, den wichtigsten Tönen und Videos des Tages. Wer nur lesen will, ist auch okay, der bekommt kurz und bündig die wichtigsten Infos. Wer sich die App runterladen will, für den packen wir den Link in die Shownotes. Als nächstes würde ich sagen, Frau Kempfert, kümmern wir uns um die Frage eines Hörers. Die passt auch ganz gut, denn die beschäftigt sich auch mit Solaranlagen, genauer gesagt mit Solaranlagen auf dem Dach. Und hier kommt das Anliegen des Hörers. Hallo Frau Kempfert, hier ist Sobertus Mühler aus Düsseldorf. Ich habe eine Frage zu Dachphotovoltaikanlagen. Über solche Anlagen wird fast immer nur geredet, wenn es um Einfamilienhäuser geht. Dabei gibt es in den Städten doch viel mehr Mietshäuser mit mehreren Wohnungen. Dort findet man auf den Dächern aber fast nie Solaranlagen. Als Vermieter weiß ich, dass es sich finanziell einfach nicht lohnt. Als wir vor einiger Zeit unser Dach neu eingedeckt haben, haben wir deshalb auch keine Solaranlage installieren lassen. Müsste die Bundesregierung hier nicht Anreize schaffen, damit sich Solaranlagen für Vermieter lohnen und sie damit Geld verdienen können? Wie könnte so ein Geschäftsmodell aussehen? Frau Kempfert, jetzt gibt es sicher Vermieter, die packen Solaranlagen aus ideologischen Gründen auf das Dach, weil ihnen der Klimaschutz wichtig ist und weil sie genug Kleingeld übrig haben. Aber die Mehrheit kalkuliert da offensichtlich doch sehr rational. So nach dem Motto, was habe ich davon, wenn die Mieter günstigen Strom haben? Muss die Bundesregierung den Vermietern entgegenkommen? Ja, also erstmal auch wieder an der Stelle danke an Hubertus Mühle für die Frage. Und die Bundesregierung kommt schon ganz lange auch Vermietern entgegen. Es gibt nämlich den sogenannten Mieterstrom. Den gibt es auch schon länger, aber der war eben jetzt auch noch nicht so attraktiv. Oftmals oder hat er auch Stolpersteine, die jetzt wahrscheinlich auch Herrn Mühle dazu bewogen haben, das nicht zu machen. Im Übrigen hätte ich es aber trotzdem gut gefunden. Jetzt nicht aus ideologischen Gründen. Er hätte auch schon jetzt, als er das Dach neu eingedeckt hat, davon profitieren können. Aber er kann immer noch davon profitieren, Solaranlagen auf die Dächer zu legen. Und warum, erkläre ich jetzt. Das wird er sicherlich gerne hören, ja. Mieterstrom, ja genau. Aber auch nochmal vor dem Hintergrund, es ändert sich auch gerade etwas, weil wir jetzt ja gerade eben über das Solarpaket 1 gesprochen haben. Da ist auch nochmal eine Korrektur des Mieterstroms drin, die auch Herrn Mühle zugutekommen würden, wenn dieses Paket jetzt endlich mal durchkommt, auch mit den angepassten Mieterstrommodellen. Und das will ich kurz erklären, warum das sinnvoll sein kann, dass eben auch Mieter und Vermieter durch diesen Mieterstrom von den Vorzügen des PV-Stroms profitieren können. Also erst nochmal, was ist Mieterstrom? Mieterstrom versteht man eben genau diese Möglichkeit, die Herr Mühle ja auch interessiert, als Mieter Solarenergie zu nutzen, die auf einem Dach eines Wohnhauses oder auch PV-Anlagen im Wohnquartier produziert wird. Und das nennt man dann auch sogenannten Quartierstrom. Und wichtig ist aber dabei, dass der Strom auch direkt verbraucht wird und nicht ins öffentliche Netz vorher eingespeist wird. Und deswegen hat man da eben so ein dezentrales Stromversorgungssystem, was ja genau eben für Vermieter dann da ist, auch konzipiert wurde, schon lange konzipiert wurde und auch etliche Male schon angepasst wurde. Die jetzige EEG-Verordnung, also Erneuerbare-Energien-Verordnung 2023 hat diese Einspeisevergütung sogar noch etwas erhöht für eben diese Renditen durch die Photovoltaikanlage mit einem möglichst hohen Eigenverbrauch. Das heißt, der Mieterstrom-Modell, das profitiert auch davon, dass die PV-Anlagen jetzt auch steuerfrei sind. Und es gibt verschiedene Betriebsmodelle, die, wie man jetzt eben so eine PV-Anlage auch auf so einem Mehrfamilienhaus ausdehnen kann oder zumindest auslegen kann, dass man eben diesen Mieterstrom nutzen kann, die Solarenergie direkt an die Mieter nutzt oder die Mieter diesen Solarstrom nutzen in diesem Mehrfamilienhaus und den direkt weiterzugeben und den direkt zu verbrauchen. Und dann haben beide Parteien Vorteile. Für den Vermieter erhöht sich die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage. Also er kann den Solarstrom an die Mieter verkaufen und könnte dann profitieren vom staatlich geförderten Mieterstrom-Zuschlag. Und der Mieter bekommt einen günstigen Stromtarif, in dem eben per Gesetz maximal 90 Prozent des jeweiligen gültigen Grundversorgertarifs ausmachen darf. Das heißt, er ist billiger. Und als Mieter ist man da aber auch keinesfalls verpflichtet, diesen Mieterstromvertrag mit zu unterzeichnen. Aber er ist natürlich deutlich attraktiv. Und dann ist eben die große Befürchtung, und ich kann mir vorstellen, dass es da ja wahrscheinlich auch bei Herrn Mühle da eine Rolle gespielt hat, dass jetzt diese PV-Anlage dann nicht ausreichend Strom produzieren, dass die Mieter dann eben diese Vorteile nicht haben und die PV-Anlage weniger Strom produziert und dann dieser restliche Strombedarf dann eingekauft werden muss, dann kann das weniger attraktiv sein jetzt. Von allein von den Vorteilen, die jetzt so ein Mieter letztendlich auch hat. Und was macht man da? Den Mieterstrom, ja, dann kauft man eben zu. Dann muss man sich das ein bisschen ausrechnen. Dann hat man den Solarstrom und den Netzstrom. Den wird dann im sogenannten Mieterstrom-Tarif zusammengefasst. Das heißt, für den Mieter ist das kein zusätzlicher Aufwand. Er ist immer mit Strom versorgt. Das heißt, dieser Mieterstrom, der funktioniert immer durch diesen Zusammenschluss von Mieter, Vermieter und auch den Stromanbieter. So, jetzt gibt es aber zwei unterschiedliche Modelle, ich glaube, die für Herrn Mühle interessant sind, wo man jetzt eben auch die Maßnahmen vereinfacht hat für diese Mieterstrom-Modelle für die Anbieter. Jetzt im Rahmen dieses Solarpakets 1 werden jetzt eben diese Umsetzungen, gerade für diese Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe, verbessert. Also da geht es einerseits um virtuelle Summenzähler, da geht es um diese gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, es geht um freie Vertragsgestaltung, es geht auch um mehr Flexibilität, dass man Entbürokratisierung hat in diesem Mieterstrom-Modell. Das Ganze bedeutet mehr Energy Sharing und da bin ich mir nicht sicher, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben. Es gibt eine EU-Verordnung für eben dieses Energy Sharing, dass genau das möglich sein muss, dass eben solche Mieterstrom-Modelle da sind, dass man den produzierten Strom entweder direkt nutzt oder eben auch an die Nachbarn mitverkauft. Dafür hat man jetzt die Ausgangsvoraussetzungen verbessert und die jetzt in diesem Solarpaket 1 auch drin sind, die jetzt ja mit verhandelt werden, sodass sich das noch mal mehr lohnt, auch für Herrn Miele, das Mieterstrom auf sein Dach dieses Mehrfamilienhauses zu setzen. Und er hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Ich will zwei nennen, das ist, was mir bekannt ist. Das ist einmal das sogenannte Mieterstrom-Enabling, das heißt der Anlagenbetreiber wird selber zum Energiedienstleister, das heißt der Vermieter betreibt diese PV-Anlage selbst und trägt auch die Kosten für die PV-Anlage selbst und dann übernimmt er aber auch die Rolle des Stromlieferanten und Energiedienstleisters muss dann auch den Solarstrom an die Mieter selber verkaufen und das nennt sich der Mieterstrom-Enabling. Da muss man erst mal investieren, man muss auch das Know-how so ein bisschen haben und dann eben auch an die Mieter das alles verkaufen können. Das ist ein bisschen komplizierter. Also der Vorteil für Herrn Mühle wäre, dass er dann eben durch diese Förderung profitiert, also den Mieterstromzuschlag und die Einspeisevergütung. Er kassiert die Stromkosten, er könnte auch günstigen lokalen Solarstrom nutzen und die Immobilie gewinnt an Marktwert durch eben diese PV-Anlage. Aber die Nachteile sind eben die, dass der Vermieter dann wirklich diese Anlage finanzieren muss. Er muss sich da um alles kümmern, er trägt ja auch das wirtschaftliche Risiko und er muss sich da auch auskennen mit diesen rechtlichen energiewirtschaftlichen Anforderungen, Know-how und so weiter haben. Und die zweite? Ja genau, das Interessantere ist vielleicht für ihn oder insgesamt das Mieterstrom-Contracting, obwohl vielleicht ist Herr Mühle ja so belesen und so weiter und kann das alles, dann ist vielleicht die erste Variante auch was für ihn. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, die Mieterstrom-Contracting, das heißt der Vermieter beauftragt ein Dienstleistungsunternehmen und dieses Dienstleistungsunternehmen ist dann unkomplizierter, übernimmt eben diese ganzen Sachen. Man muss die PV-Anlage nicht selber installieren, das heißt das macht dieses Unternehmen. Man hat die Möglichkeit, die Dachfläche zu verpachten und dann gibt es einen sogenannten Mieterstrom-Contractor. Das ist meist so ein Energiedienstleistungsunternehmen, der übernimmt die Finanzierung, die Installation, den Betrieb der PV-Anlage und auch die Vermarktung des Stroms. Das heißt, eindeutiger Vorteil dann für den Vermieter ist eben der, das gibt diesen Contracting-Dienstleister, der übernimmt das alles. Es geht kein Investitionsrisiko ein, denn der Vermieter, die Mieter und Vermieter können den Solarstrom ja auch nutzen und der Vermieter erhält von dem Contractor eine Pacht. Und die Nachteile sind aber, es gibt keine öffentliche Förderung an dem Punkt, ja, das hatten wir ja vorher, der Mieterstromzuschlag, das gibt es dann nicht, das überkassiert ja der Contractor und die Vertragslaufzeit ist vergleichsweise lang und die finanziellen Vorteile für die Mieter fallen in der Regel auch niedriger aus. Das heißt, die Rendite auch für die Vermieter sind wahrscheinlich geringer. Und insofern ist das einerseits zwar interessanter, aber die auch ein bisschen finanziell nicht ganz so spannend, aber einfacher umzusetzen. Dann gibt es noch eine dritte Variante, die ist aber kompliziert juristisch. Es ist diese Genossenschaft mit bürgerlichem Recht. Auch da Genossenschaftsmodelle gibt es natürlich, dass genossenschaftliche Modelle auch die Mieter selber umsetzen können. Das heißt, sie können selber auch für die Solarenergie aktiv werden. Es gibt eine gewisse Fremdfinanzierung. Es ist aber ein sehr hoher eigener Aufwand, auch durch diesen rechtssicheren Betrieb. Für jeden Menschentyp ist irgendwie was dabei. Es ist was dabei. Schauen wir mal, ob wir in nächster Zeit öfter Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern sehen. Wenn auch Sie eine Frage von Claudia Kämpfert beantwortet haben wollen, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40 40 008. Außerdem möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Podcast empfehlen. Ein wirklich tolles Projekt vom Mitteldeutschen Rundfunk, bei dem Reporterinnen und Reporter zehn Jahre lang den Kohleausstieg begleiten und viele Menschen vor Ort aus der Praxis erzählen lassen. Die dritte Staffel ist gerade gestartet und was uns dort erwartet, das lassen wir die Macher selbst kurz erzählen. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Hallo, ich bin Britta Felske. Und ich bin Ralf Geißler. Und wir waren für MDR aktuell wieder mit dem Mikrofon unterwegs im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Das dritte Jahr in Folge lassen wir die Menschen dort erzählen, was der Kohleausstieg für sie bedeutet, was verschwindet, was kommt. Ich bin wieder nach Pödelwitz gefahren, in das Dorf, das vom Kohleunternehmen Mieprag eigentlich weggebaggert werden sollte, dank Kohleausstieg jetzt aber bleiben darf. Der Verein Pödelwitzer Zukunft hat konkrete Ideen für das Dorf, ist eben nur die Frage, ob er die auch umsetzen kann. Und ich war in Bad Lauchstedt. Dort entsteht ein großer Energiepark, mit dem eine engagierte Projektleiterin zeigen will, wie die Energiewende funktionieren kann. Mit Windstrom, einem Elektrolyseur und gigantischen Wasserstoffspeichern. Und natürlich waren wir auch wieder in Hohenmölsen, einer Stadt mitten im Revier zwischen Kohlekraftwerk und aktivem Tagebau. Ja, was wird aus den Leuten, die in der Kohle arbeiten? Darum geht es diesmal. Das und mehr gibt es in Staffel 3 von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Ab 4. März findet ihr neue Folgen Woche für Woche in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören und kommt mit Energie durch den Tag. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Also eine super Ergänzung zu unserem Podcast. Die erste Folge ist schon online. Den Link packen wir in die Shownotes, sodass jeder den Podcast ohne Probleme finden kann. Also ich freue mich, dass es endlich eine neue Staffel gibt, weil ich habe die ersten beiden natürlich gehört und werde auch jetzt schon die nächste Folge mir gerne anhören. Also es ist eine ganz, ganz tolle Recherche. Also es ist wirklich schön zu hören. In der ersten Folge, da beantworten Mitarbeiter von einem Kohleunternehmen unter anderem die Frage, womit ein Kohleunternehmen künftig Geld verdient. Ich habe mir die ganze Folge angehört. Sehr spannend, was die Mitarbeiter da antworten. Also jeder, der interessiert ist, den Link, wie gesagt, finden Sie in den Shownotes. Dann kommen wir mal zum letzten Thema und das hat mit der Nordsee zu tun. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie an der Nordsee. Das glaube ich jetzt ja nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich werde das versprochen auf jeden Fall nachholen von Kolleginnen und Freunden. Habe ich auf jeden Fall gehört. Büsum, Borkum, Bremerhaven soll wunderschön dort sein. Das können Sie sicher bestätigen, Frau Kempfert. Sie waren sicher öfter an der Nordsee, so wie Sie jetzt reagiert haben. Selbstverständlich. Ja, ist ja Teil der Heimat. Insofern bin ich ja regelmäßig da und kann das auch nur empfehlen. Also wenn Sie noch nie da waren, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Orte, wo man hin kann. Also künftig statt an die Ostsee, mal an die Nordsee versprochen. Ja, oder mal wechseln einfach mal. Ostsee ist ja auch toll. Also insofern geht alles gut. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat einen Gesetzentwurf vorgestellt, der sehr viel mit der Nordsee zu tun hat. Im Internet waren Überschriften zu lesen. Die Bundesregierung plant ein Endlager für CO2 in der Nordsee. Das trifft es ziemlich gut. Es geht nämlich um die sogenannte CCS-Technik. Carbon Capture and Storage. Das heißt, wenn in der Industrie oder bei der Strom- und Wärmeerzeugung CO2 entsteht, wird das CO2 nicht in die Luft geblasen, sondern abgeschnitten und unterirdisch eingelagert. In diesem Fall auf dem Meeresgrund der Nordsee. Unsere Podcast-Folge heute ist sowas wie ein großes Themen-Update, Frau Kempfert, denn über diese Technik und über die Risiken haben wir schon einmal sehr ausführlich gesprochen, vor ungefähr einem Jahr am 11. Januar. Neu ist jetzt aber dieser Gesetzesentwurf von Habeck. Bisher war die CCS-Technik in Deutschland verboten. Jetzt soll sie erlaubt werden, allerdings nur in ganz bestimmten Fällen. Frau Kempfert, in welchen Bereichen soll die CCS-Technik in Deutschland zur Anwendung kommen? Ja, also die Bundesregierung will eben die unterirdische Speicherung von industriell verursachten Kohlendioxid-Emissionen erlauben. Also da soll jetzt eben diese sogenannte Carbon Management Strategie jetzt umgesetzt werden. Das heißt, für die Abscheidung für den Transport und auch für die Verpressung von CO2 unter der Erde, das soll jetzt ermöglicht werden. Es gibt eben industrielle Sektoren, für die man jetzt eben diese Klimaneutralität ermöglichen will, die man sonst sehr schwer nur ermöglichen kann. So sagt es dieser Gesetzentwurf, gerade für die Herstellung von Zement beispielsweise oder Kalk oder Abfallverbrennung. Da soll jetzt eben diese CO2-Abscheidung möglich sein und dann eine unterirdische Speicherung auch in Deutschland auf hoher See ermöglicht werden. Also nicht an Land, sondern wirklich die Offshore-Speicherung von Kohlendioxid soll da möglich sein. Also dass man da die Speicherstätten nutzt auf hoher See. In der Nordsee, an Land soll es weiter verboten sein, CO2 zu verpressen. Es gibt ja schon lange das Verbot und jetzt will man aber eben, weil andere europäische Staaten da jetzt auch schon diese CC- oder Carbon Management Strategie entwickelt haben, auch teilweise da schon auf dem Weg sind, eben CO2 zu speichern und abzuscheiden, da auch mitmachen. Dann ist da irgendwie spät dran in Deutschland, Dänemark, Niederlande, Großbritannien, gerade Norwegen gibt es eben schon ganz, ganz viele Projekte jetzt zur Abscheidung und Einlagerung und Transport von CO2. Und das soll eben eine Ergänzung sein zur Klimapolitik, dass man eben diese CO2-Speicherung ermöglicht. Dann soll es ein CO2- oder Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geben. Es soll geändert werden, damit eben dieser Rechtsrahmen geschaffen werden, dass dann auch eine CO2-Pipeline-Infrastruktur geschaffen wird und dass man dann eben diese Speicherung auf hoher See ermöglicht. Und ja, und das soll jetzt eben angeschoben werden. Genau, wir hatten ja hier schon mal auch über CCS-Verfahren gesprochen. Da waren Sie nicht so begeistert? Ich bin auch immer noch überhaupt gar nicht begeistert. Und das hat sich auch an der Stelle überhaupt nicht geändert. Also vor dem Hintergrund, man muss eben sehr viel Energie aufwenden, CO2 freisetzen oder abscheiden und dann verpressen oder transportieren erstmal und dann verpressen. Hier sind offensichtlich die Sandstein-Formationen im Boden der Nordsee oder auch ehemalige Erdöl-Lagerstätten, die da genutzt werden können, die dann ein geeigneter Lagerplatz sein könnten. Oder eben darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass man das weiter nutzt, also CCU, also Usage, dass man das CO2 abscheidet und dann weiter nutzbar macht in der Kohlensäure, in der Getränkeindustrie, in Grundchemikalien oder zur Herstellung von E-Fuse oder was auch immer. Da war ich oder bin ich auch immer noch dafür und da halte es auch für sinnvoll, dass man CO2 als Rohstoff als nutzbar macht und das auch weiter nutzt. Die Verpressung halte ich nach wie vor, sehe ich genauso kritisch wie vorher, auch wenn es in der Tiefsee ist und dann aus dem Sinn, was ich nicht sehe, ist mir dann egal. Das teile ich hier nicht. Nach wie vor gibt es ungelöste Probleme aus meiner Sicht und auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen haben wir das öfter schon auch sehr kritisch kommentiert. Es gibt eben tatsächlich das Risiko, dass Treibhausgase in den Lagerstätten entweichen können, dann den Organismen im Meer schaden könnten. Das ist nicht ausgeräumt. Es gibt zwar Forschungen, die die Risiken minimieren, da gibt es auch Studien, die das zeigen, dass das Risiko wohl gering sein kann. Aber dennoch sehe ich es nach wie vor als bedenklich an und würde jetzt eine solche Carbon-Management-Strategie für Industrie in erster Linie sehen, wo es unvermeidbare Emissionen gibt, die man dann weiter nutzt. Das wäre dann die Zementherstellung zum Beispiel, weil dort kann man sozusagen nicht verhindern, dass CO2 ausgestoßen wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja auch wirklich nur diese Gebiete, wo die Bundesregierung möchte, dass das angewendet wird. Und sie sagt eben, dass wir anders unsere Klimaziele nicht erreichen können. Das sagen auch Klimaforscher zum Beispiel wie Ottmar Edenhofer. Und auch der Weltklimarat IPCC ist ja der Meinung, dass CCS eine notwendige Technologie ist, damit wir klimaneutral werden. Ja, also zum einen sehe ich das genauso kritisch auch in den IPCC-Berichten, dass man da eben gerade diese Storage-Möglichkeiten in dem Umfang sieht. Auch weltweit sehe ich es genauso kritisch. Ich sehe da große Gefahr einerseits eben der möglichen Risiken, der Umweltrisiken. Es ist nicht geklärt, ob CO2 auch entweichen kann, was es dann macht, gerade in der Tiefsee, aber eben auch vor dem Hintergrund, dass die Speicherkapazitäten ja auch konkurrieren mit anderen Speicherungen, die wir brauchen, zum Beispiel für Wasserstoff oder Geothermie oder andere Dinge. Das ist nur ein Nebensatz dazu, weil Sie Beton angesprochen haben. Wir hatten ja hier schon mal drüber gesprochen, zementartig, dass man eben auch diesen sogenannten CO2-freien Beton herstellen kann, wo man diese CO2-Emissionen in der Zementherstellung sofort bindet und dann eben diese Form der Carbon Capture and Utilization schafft, dass man, das nennt sich CO2-Carbonatisierung oder auch CO2-Mineralisierung als Konzept der CCU-Technologie, wo man tatsächlich eben CO2-freien Betonbaustoffe herstellt, was ich für sehr sinnvoll erachte, diese Carbonate dann auch genutzt werden können als Füllstoffe in der Zementindustrie und so weiter. Also diese Möglichkeiten halte ich nach wie vor für sinnvoll, gibt viele Pilotvorhaben, aktuell auch schon Unternehmen, Startups und so weiter, ist relativ teuer, klar, jetzt zu Anfang und man braucht hohe CO2-Preise, dass sich das rechnet, aber da sehe ich noch eine Möglichkeit. Aber jetzt würde ich noch einspruchweise eben sagten, es soll nur für die Industrie gelten. Ja, das stimmt so nicht, es soll ja auch für Gaskraftwerke gelten und das sehe ich absolut kritisch, genau wie glaube ich auch einige in der Grünen-Partei, wie ich da jetzt schon lesen konnte, die da auch das genauso kritisch sehen, dass man jetzt die Abscheidung für Gaskraftwerke ermöglicht, sehe ich tatsächlich als Dammbruch, wieder mal eine Verlängerung der fossilen Gasgeschäftsmodelle. Man setzt hier auch wirklich den Ausstieg aus den fossilen Energien wieder mal aufs Spiel. Ich sehe es genauso kritisch, es ist eher wieder so eine lebensverlängernde Maßnahme für Gaskraftwerke. Wobei Frau Kemfert, ganz ehrlich, diese CCS-Technik, die ist so teuer, ganz ehrlich, in der Praxis wird doch das niemals für ganz normale Gaskraftwerke in Anwendung kommen, oder? Also ich wäre da nicht so sicher, ich weiß, dass die Industrie das jetzt so sagte oder auch einige WissenschaftlerInnen das so sagten, ich wäre da nicht so sicher, wenn man jetzt CO2-Pipelines bauen will, auch noch subventionieren will, diese Möglichkeiten schafft der CO2-Einlagerung, dass das dann nicht auch für Gaskraftwerke passiert. Ich sehe die Risiken, die dahinter sind, aber ich weiß auch in Norwegen gab es ja auch schon mal Pilotvorhaben für Gaskraftwerke, die dann jetzt nicht zum Einsatz kommen. Aber wenn es dann nicht kommt, dann muss man es ja auch nicht ermöglichen. Das ist ein Argument. Wäre ich dann dafür, ja, ich würde einfach sagen, man lässt es, weil dann könnte man dann für Ausnahmen plädieren, wenn das tatsächlich irgendwann mal der Wunsch sein sollte. Allein, dass man es wieder öffnet, das ist mein Argument. An der Stelle würde ich sagen, ist ein Zeichen wieder dafür, für diesen Dammbruch. Wir sehen es an so vielen Stellen, wo immer wieder das fossile Gasgeschäftsmodell da aufrechterhalten werden soll. Ich hätte das hierfür sinnvoll, das einfach nicht zu ermöglichen. Also das an der Stelle, und das sehe ich sehr kritisch, und eben auch diese Verpressung in der Tiefsee. Es gibt eben Norwegen, die das schon lange machen, schon seit 1996, aber die machen das bei der Gasförderung, auch bei der Ölförderung. Da entweicht ja CO2 und das nehmen die sofort und verpressen das. Da hat man wohl gute Erfahrungen gemacht. Aber hier geht es ja darum, dass man CO2 an Industrieanlagen abscheiden muss und dann transportieren muss und dann auch noch verpressen muss in der Tiefsee. Und da ist die Gefahr von Leckagen einfach auch groß. Was ist das überhaupt, dieser Transport von CO2? Das finde ich dann auch wieder schwierig und eben auch die Gefahr, dass es aus der Tiefsee entweichen kann. Aber offensichtlich will man jetzt genau wie andere Länder eben auch, Großbritannien, Dänemark, Holland, Norwegen, dann eben auch diese Möglichkeit haben, Speicherprojekte umzusetzen. Europa setzt da ja auch Akzente. Es gibt ja auch konkrete Projekte, die da gefördert werden über bestimmte Projekte of common interest, wo eben auch solche Projekte mit drin sind. Man wird auch sehen, wo genau dann überhaupt diese Speicherstätten sein werden in der Nordsee. Ausgeförderte Öl- und Gasfelder, so in dem Umfang gibt es ja nicht anders als in Dänemark, Großbritannien oder auch Norwegen. Man müsste dann wahrscheinlich diese Plattform-Mittelplatte vor Cuxhaven, die ist aber noch in Betrieb. Also da wird man sehen, inwieweit man jetzt auch zum Beispiel dann Saline Aquifere dann nutzt, im Boden dann diese salzwassergeleiteten Gesteinsformationen dann auch im Meeresgrund nutzen will. Das setzt man jetzt um im Rahmen dieser Maßnahme, aber ich bleibe da genauso kritisch wie vorher. Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag eine Newsletter raus per Mail, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat und sich registrieren lassen möchte, den Link packen wir mit in die Shownos. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen. Ja, ich bedanke mich auch und bis in zwei Wochen. Tschüss.